Willkommen zu diesem neuen Video. Wir machen heute ein Wettessen und fette 2 Durmschools richtet Freshman. Und wir dachten uns einfach Wettessen, da schnell auf ist und die Bestrafung ist extrem. Die Bestrafung sitzt am Ende. Wir packen sie jetzt erstmal aus. So Leute, die Duna sind draußen. Let's go. 3, 2, 1. Oh, die Papiere sind sogar. Ich bin in Kuba. Da sind gerade Menschen. Schauen wir uns zu, wie wir essen. Wir haben gut gestartet, Alter. Ich bin in Kuba. Wohohohoho. Merch dich. Ich tu, was ich gemachte. Und am Ende. knapp, dann die Bestrafung dafür. Ah, du wichst, Alter. Ah, das hat ich nicht mehr. Schau, wir sehen uns, wenn er fertig gegessen hat. Also Leute, die Bestrafung time für den Loser. Ja, du Loser, du kleiner Pisser, Alter, hast du verloren. Jetzt kommst du. Also, was ist die Bestrafung? Sag das selber. Dreh einfach hin. Und Buh, seht ihr das da hinten? Wartvergleich. Vergleich mal, stell dich einfach mal hin. Stell dich einfach. Also, man sieht den Unterschied eigentlich so winzig. Da, man sieht den Vergleich. Guckt es euch an. Hey, du bist da, hey. Dein Handy ist hier. Guck, ich habe dein Handy. Spock dir ja verkaufen gleich. Also, wie gesagt, Leute. Er muss jetzt. Komm her, du Pisser. Loser. Er muss da hoch und von ganz oben runterrutschen. Oberkörper frei. Egal, Leute sind es unter dich. Ich zieh dich mal aus. Hast du Pech heute gehabt? Warum? Warte, ich halte die Kamera einfach so. Vlogging Art, damit du uns beide sehen könnt. Alter. So, Leute. Ich bin der Gewinner. Hier ist der Loser. Er zieht sich gerade aus. Jetzt auf jeden Fall. Spar. Kauft euch. Das ist die Kamenier. Spar wer mögen. Na, aber. Wir werden es, Digga. Für so eine heftige Bestrafung, man. Lass ein Like da, man. Das ist doch wert, oder? Zwei Likes. Ja, Digga. Na, man. Also, lasst ein Like da und kommentiert noch, was wir als nächstes machen können. Alter. Ja. Scheiße. Meine Jacke. Ich bin dumm, oder? Gott. Er hat noch eine weiße Jacke an. Ja, so ist die Kamenier. Mach mal Verlosen bei fünf Abonnenten. Wir bringen uns eure auch persönlich vorbei. Ja, Digga. Persönlich vorbeifahren können wir auch. Ah, Mikro von der Höhe. Persönlich vorbeibringen wir uns auch natürlich. Und ja. Also, es wird, glaube ich, Zeit, Daniel. Dass du hoch gehst und deine Mission erfüllst. Oh, geh mit dem. Okay, ich lass dich einfach. Nein, halt. Meine Mutter fickt mir. Stefan ist dreckig. Oh, hast du mit Hose? Die Hose auch aus, oder? Ich bin behindert. Warte, ich tue wieder dich filmen, weil mich juckt's nicht. Also, er muss da oben drauf und da oben dann auch natürlich herunterrasen. Viel Spaß, Daniel. Wir sehen uns, wenn er fertig umgezogen ist. Und ja. Hier, guck, da ist so eine Sprungsanze. Kannst du in die Luft springen? Komm. Komm. Deine letzten Worte, Bro. Komm schon, es reicht schon. Du machst das dritte Mal schon, Digga. Komm. Komm schon. Komm schon, Digga. Komm schon, Digga. Wie fährt? Zeig mal dein Rücken, zeig mal dein Rücken. Digga. Komm, Bro. Lass gleich T-Shirt unten, Digga. Zeig mal dein Rücken. Komm mal her. Du siehst jetzt diese rote Striche, Digga. Er ist behindert, Digga. Oh, guck. Ja, Digga. Mach schnell fünf Schneeball auf dein Rücken. Wo soll ich die Kamera reinstehen? Warte, ich halte. Du hängst kurz in die Tasche hier. Da bewerte du deine Kombination jetzt. Okay, fünf Schneeball auf dein Rücken, von meiner Seite aus. Hier, Schneeball, man sieht's. Mach einfach, mach einfach. Ja, Alter, du weißt nicht, wie du findest. Halt, dreh dich um. Schmeiß dich auf mich. Halt. Oli, dein Rücken ist rot, Digga. Oh mein Gott. Ich hab noch zwei Schüsse noch. Oh, Fui, ja. Mach viel Spaß, Digga. Ich bin, mach schnell. Zeig dir den Rücken, zeig dir den Rücken, zeig dir den Rücken. Ah, der kommt schon. Oh, oh, Digga. Zeig dir den Rücken. Hey, wie ist das? Ah, der Spaß jetzt. Guck, komm, zeig dir das letzte Mal den Rücken. Warte, ich mach Licht an, damit man Rücken besser sieht. Mein Leibmann. Da hat die Taschenlampe. Man sieht, die Striche hier. Guckt euch das an. Digga, was für Scheiße wir schon für das zweite Video machen, man. Kommt schon. Macht für ihn. Wie viele Likes? Hau raus, boh. Drei. Komm schon, sag noch ein bisschen höhere Zahl. Drei. Höhere Zahl, komm. Wie hoch ist der Berg? Fünftausend. Machen wir so. Machen wir so. Machen wir so. Fünfzehn Likes geht schon klar, oder? Fünfzehn Likes, ja. Schaut doch mal seinen Rücken an, Digga. Das sind hier so Striche. Guckt auch. Also, wenn ihr euch fragt, wieso wir die gleichen Klamotten anhaben. Wir haben sie, ähm, Vorstellungsvideo und das... Die Geils geht. Wir haben ein Vorstellungsvideo und das gleichzeitig jetzt am Eintag schon gemacht, damit wir halt schon voraus was gemacht haben, wisst ihr schon. Ja. Das war's von diesem Video. Lasst ein Like dabei, 15 Likes machen wir so eine Scheiße noch einmal. Und... Das war's von diesem Video. Haut's rein und... Ciao. Nächste... Nächste Challenge, 20 Likes.